Jawohl Leute, herzlich willkommen zu GTA 5. Willkommen zurück in diesem Sinne. Und ja, legen wir nochmal los mit der nächsten Mission. Fremde und Freaks. Auf geht's. Gucken, was da auf uns wartet. Schöne Aufgabe. Wchenker. Ge pictures, wie es zu sehen werden? Werschöne casa, haben wir ein Sch sweater. Anh Ora nicht. Und am Stroke maskierten, wie unterscheuert! Schon wieder in die Musik? 卥 Flinsen sind als eine Sch ei pushingvistDEN! W doch, was da mache ich? Oh nein! Kannst du menschsten Wolle? Ich weiss auch Curme. Neh". Alright, it didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, you creepy old motherfucker. That's right. I said it. Creepy. Old. Motherfucker! No! Jesus. Huh? No, come on. What? 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 Sorry. Where were we exactly, huh? Get up. We're sorry, man. We're sorry. Help! There's a guy with a gun! Kandale. Okay. Hinterwelt war neutralisierend. Alles klar. Was für ein Action. Das wird hier wohl nicht so easy, glaub ich. Alter Schnee, ey. Das sind ganz schön viele, ne? Oh, shit. Die machen mich doch fertig hier, oder wat? Wo? Wer? Da. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ich kann doch noch mehr Pferd nicht machen als 25, ja? Okay. Wo? Wer? Da ist noch einer. Da oben ist noch einer. Treffe ich nicht. Boah, das reicht zauber. Ich mache mich gleich kalt, ja. 35 habe ich fertig gemacht. Erledige drei Gegner mit Kopfschüssen. Zerstöre zwei Fahrzeuge haben wir irgendwie. Naja. Irgendwie geschafft halt. Insgesamt so, ne? Was ist das für ein Wagen da? Ach, das. Unserer. Der ist einfach plötzlich mal hier geparkt. Obwohl ich vor dem Haus geparkt hab. Da eigentlich. Aber naja, gut. Läuft. Können wir eigentlich die nächste Aufgabe auch noch gleich mitmachen, oder? Ja. Ach komm. Kann man auch mal machen. Immer die nächste Mission auch gleich noch mit. Weil fünf Minuten Gameplay ist ja nix. Sie miss. Ging jetzt nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hab, da bin ich dagegen geknallt, aber na gut. Wie geht's denn weiter, Leute? One, dumb, ignorant, white trash, hillbilly, Wallace. You're damn right! Chang. Spreadsheet. Let's head outside and talk terms. Na, 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 na. Sehr schön. Oh, you're a bad guy. You're a bad guy. Why don't I let you relax? I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. Who you working with, hmm? Who? I'm not at liberty to say... Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The O'Neal brothers. The O'Neal brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Cause those fucking O'Neal brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem. Since one of them is gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! Hold on, hold on, hold on. AHHHHH! Ja, dann fahren wir dann mal hin, zu diesem Hof. schauen wir mal was da auf uns wartet ich weiß es nicht mehr ganz genau wo ich das schon mal gespielt habe das klingt nach einem kleinen krieg mit einem etwas größeren kleinen hick schauen wir mal was jetzt kommt da gibt es bestimmt so mächtig die post ab ich bin low on health immer noch das kann ja was werden ich erinnere mich hier geht riechig die post ab manniak trevor he is coming get the end of the meth lab to protect it i hope he don't get through these idiots but we know they're idiots come on let's go see them chinese oh how many brothers you got you inbred freaks i don't know how i'm gonna do it but i'll kill the lot of you and noch ein bisschen snipern das geht auch na irgendwo müsste ja nur einer sein ne da ich kann ja hier mal ein bisschen aufräumen die erledigen mich mit sicherheit gleich hier tja oder auch nicht komm ich da rein ja in der tat wachen suchen nach mir okay ja es war klar dass ich jetzt drauf gehe was hätte ich sonst tun sollen ne erneuter versuch mal gucken sind wir dann jetzt immer noch low on health oder ne nicht mehr so komm man ist bestimmt raus oder komm man ist bestimmt raus oder komm man ist bestimmt raus oder hab dich doch gesehen erwischt 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 die granaten hab ich halt nicht mehr die snipern eben hier Na komm raus. Ha, jetzt aber ein ja. Da ist er. Na los geh doch rein hier, war doch auch. Wir müssen da wohl runter, ne? Zeigt uns der Pfeil. Wir müssen wahrscheinlich den Weg finden. Muss ja irgendwo so eine Art Treppe nach unten gehen, ne? Glaube ich ja, oder? Achso, das darf ich nicht vernichten, ne? Ich denke, soll das Labor zerstören. Könnte ich da machen, indem ich das da hochjabe. Hm. Okay. Daneben nicht. Oh man. Trauer man. Außer. So. 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 Du Policy. Dig, die Flutten 100 hat. Jetzt sind wir. So. Mal. We got a man down! Let's see if we can cut them down in size. Screw you! Fuck it, O'Neal! Come on! Erwischt! Da ist noch einer! Da ist hin. So, jetzt rein in die Bude und dann gucken wir mal wie wir das machen sollen, ja? Ach ja. Halt die Klappe, Junge. So, Kalister nehmen. Ach so. See, was left when I'm done. Benzinspur nach draußen. Ja, gut. Machen wir das. Hm. Come on! Das wird lustig. Ja, der Typ ist irre. Dementsprechend kann das nur so verlaufen, ne? Nothing but a smoldering fucking wreck! Ja... ... ... ... Oh shit... Das wär nicht mehr fatter Action. Haha... ... ... Entkommen kann ja nicht so schwer sein, gehen wir wahrscheinlich alle hinüber Bestanden, alles klar Dann fahren wir da eben eine Runde speichern zu Hause Weil da irgendwas missionstechnisches ist, naja, speichert er hier automatisch, dann beenden wir hier die Folge und ich sag mal ja, bis bald, wenns wieder heißt GTR 5